Mit dem Ort von VC-Lefo können Schwingungen und Impulse automatisiert werden. Der CV lässt sich der Telefon in eine übliche Struktur verbinden. Liegt am CV-Eingang einer Steuerschannung an, reagiert der Telefon mit variabler Schwanzung. Das am Ausgang anliegenden Reik dient als Modulationssignal. Welches zur Erzeugung dynamischer Klangsektren verwendet wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017